Willkommen zurück zu einer neuen Runde Super Mario Maker 1 Level per Day. Cannonball Run 1 Marius Battle. 5 von 81 Leuten haben es geschafft. Eine Abschlussrate von 0,53. Jawoll. Michael, das wird wehtun. Oh, cool. Und jetzt? Ja, genau. Nein. Der P-Switch hätte nicht sein müssen. Der hätte echt nicht sein müssen. Ich hasse P-Switch, Franz. Müsste mich nur noch interessieren. Äh, zu schnell. Kann ich das... Wir müssen noch nach oben kommen, oder? Ich da ganz elegant runterspringe, oder? Kann man da irgendwie tricksen, bin ich gerade am überlegen. Glaub nicht, ne? Let's go! Da muss der Sprung kürzer kommen. Meine Katzen marschen wieder im Hintergrund. Oh nein. Ich hab die Münze vergessen. Nein! Und ich spring zu kurz. Ich möchte da hoch. Ich möchte die Blume haben. Och. Ich darf auch nicht zu schnell sein, seh ich gerade. Ich möchte die Blume haben. 3, 2, 1, GO! Okay. Irgendwas mache ich falsch. Ja, spätestens beim P-Switch hänge ich echt fest. Warte mal, ich habe da eine Idee. Ich habe eine Idee. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Ich weiß jetzt, wie ich sie wegkriege. Ich weiß jetzt, wie ich die Kugeln wegkriege. Äh, fast. Dann habe ich den Zeitdruck erst noch hinter mir weggegeben. Was leer ich nicht mehr in Frankreich. Ha. Hahaha. Ha 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 ha. Ah. Ich liebe Zeitdruck. Ich muss nur bis zu dem Panzer, ihr habt es gesehen. Bis zum Panzer und dann hat man das ganze Ding eigentlich schon gegessen. Dann ist nur eine Spielfrage. Nein! Nein! Und dann... Nicht mit mir! Aber dieses Eis... Dieses Eis macht mich zum Wahnsinn und dann kommt noch der P-Switch dazu und dann der Zeitdruck. Wow! Okay, jetzt mach ich anders. In der Aggression Die Ruhe du selbst zu finden musst, junger Paderwan Ich, ich, ich hab, ich, ich hab Nein Der hat Suizid begangen Der hat Suizid begangen Ich wollte ihm doch das Leben retten Okay, ich wollte ihm das Leben retten, aber egal Jetzt ist der Skiller back in action Okay, eigentlich ist das ja meine Chance Gehe ich Aggression Okay, ich kann sich die Fisk-Effekte Ja, ja, ja. Woosier! Woosier! Ich war kurz zum Ziel! Kurz zum Ziel! Kurz zum Ziel! Crazy! Boah! Verdammt, ich bin über meine Stürzeckel gefahren! Ich hab noch Schuhe an! Puh! Alter! Okay! Ich such grad irgendwas zum Zerstören! Einfach nur Wild zum Zerstören! Ich glaub, wenn ich mit den Aufnahmen fertig bin... Ich muss grad echt runterkommen! Ich muss grad echt runterkommen! Ich hab grad... Ich war kurz vorm Ziel! Es war ein Dummheitsfehler! Das war ein einfacher reiner Dummheitsfehler! Ratzen! Das muss jetzt nicht sein! Ich hab jetzt keine Zeit für euch! neverg Oh... mand pow qu W sch Natürlich... Genau... ... Den Augenblick Den Augenblick Den Augenblick Den Augenblick Den Augenblick Oh, okay. Ich bin ganz konzentriert, Leute. Ich bin ganz konzentriert. So. Gib dich der Macht hin. Oder spring ihn ab, Hund. Ich bin ganz konzentriert. Selbst mit einem Trick krieg ich es nicht hin. Selbst mit einem Trick krieg ich es nicht hin. Du musst es dir mal vorstellen. Mit einem Trick. Ich hab keinen Zeitdruck mehr. Ich hab gar nichts. Ich hab keinen Bock mehr. Blöde Sprüge nicht hin. Ich kann die ganze Nacht alleine schlafen. Nein, 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 ich hab's gewusst, ich hab gebremst, ich hab gebremst, der Brems verliert. Ich weiß mir grad sowas von aufgeliebt und das glaubt ihr gar nicht. Obwohl, eigentlich sieht er ja aus. Schaffen! Ich will's schaffen! Schaffen! Mann! Irgendwann so kurz vorm Ziel! Ich hab wirklich... Es war ein dummer Fehler! Ich fang gleich an zu weinen! Mann! Ist nicht fair! Ich war am Ziel! Ernsthaft, hatte mein OBS jetzt ein Leck? Jetzt hat's zwar ein Leck... Ich war so gut. Okay, letzter Versuch. Es geht nicht anders. Ja, gut. Lieber Michel, es tut mir leid. Geile Idee! Geiles Level! Es ist süchtig! Es macht Spaß! Selbst mit Trick schaffe ich's nicht! Es tut mir leid! Du hast deinen Stern! Ich sage bis zum nächsten Mal und ich bin ein Droh. Hau rein! Tschö tschö! Tschö!